Okay, ich habe einen Plan. Einen Plan für was? Das ist das Einläutung. Einen Plan für die Flugt. Erzähl, erzähl! Okay, ich will einen Katapult, einen großen Katapult bauen. Das ist eine coole Idee. Wie sollen wir es machen? Ruhe, Ruhe, ist das ein guter Plan? Ist das sicher? Ja, wir machen das sicher. Ich kann nicht warten, für die andere Seite zu kommen. Ich bin beschockt. Liegt dieser Plan wirklich? Ja, ich habe doch gesagt, dass sie keinen Plan haben. Wir bauen einen großen Katapult und Matthias kann nicht helfen. Ich will auch helfen. Wir brauchen all die Hilfe, dass wir bekommen können. Ich beschwifle den Plan. Entspannend, das wird doch schon gehen. Und wenn es schief geht? Es geht nicht schief. Glaube doch an Vater.